jo leute was geht ab ich bin's Kelvin ist wieder voll früh Marvin schläft noch die Hauptkammer habe ich schon vorbereitet in Marvins Zimmer ich habe jetzt hier eine Packung Mehl und diesen schönen Ventilator brauchen wir und dann wird der Marvin mitten im Sommer einen schönen Schneesturm erleben viel Spaß so 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 Das war's. 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 Oh, fuck, Alter. Scheiße. Ey, man, er hat mich recht, Leute. Scheiße. Das war jetzt ein Fail, Alter. Das war's. Bis zum nächsten Mal.